Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, die letzten Monate haben uns vor eine unvergleichliche Geduldsprobe gestellt. Wir alle mussten auf vieles verzichten und unsere Lebensgewohnheiten an die Erfordernisse einer Pandemie anpassen. Doch Maßnahmen wie die Kontaktbeschränkungen oder das Homeoffice, die Schutz- und Hygienemaßnahmen im öffentlichen Raum und vor allem euer allerpersönliches Engagement zeigen Wirkung. Es geht bergauf. Jetzt ist die Zeit gekommen, um wieder hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Ich für meinen Teil freue mich vor allem so auf ganz simple Dinge. Den Menschen, denen ich begegne, mal wieder die Hand geben zu können. Oder auf freundschaftliche Umarmungen, ohne dabei die Luft anhalten zu müssen. Und außerdem freue ich mich darauf, wenn Kinder wieder unbeschwert miteinander spielen können, die Angst vor der Krankheit nicht mehr unser Leben bestimmt und der Alltag eigentlich einfach nur Alltag sein kann. Deshalb bleibt solidarisch, damit wir bald wieder unser Leben leben können. Ich danke euch dafür. Eure Susanne Enders Ich danke euch für du